Servus meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer gemütlichen Runde Sunketland mit dem Voucher und mit unserem Alterle. Schön, dass ihr da seid. Ich habe hier an dieser Stelle gestern ausgelockt, bin jetzt gerade frisch ins Spiel rein. Hole euch auch direkt dazu, bevor ich schnalle, was hier passiert ist. Ich bin auf dieser Insel, mehr oder weniger ein paar Meter oben drüber, beim Einloggen hier runtergeknallt. Und hier liegt unheimlich viel Material rum. Guck mal, ich weiß nicht, ob was kaputt gegangen ist, dass das jetzt hier so rumliegt. Guck dir mal das an. Wie gesagt, ich habe mich gestern ausgelockt, um zu speichern. Und bin jetzt gerade ins Spiel rein und das ist passiert. Auch hier natürlich, seid ihr herzlich eingeladen, ist euch das auch schon mal passiert. Ist es vielleicht jedes Mal beim Einloggen, dass man einfach unendlich viel Holz jetzt hat? Weil es sieht ein bisschen aus, als wäre das Holz an Stellen, an denen wir gestern die Sachen abgebaut haben. Guck mal. Es ist etwas seltsam. Auf jeden Fall ist es ein Bug. Guck mal. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit in Green Hell, als wir damals in diesem einen eingeborenen Dorf, die wir die Materialien geholt haben. Ne, ich dachte jetzt erst, hier ist immer alles zusammengefallen, dass man vielleicht nicht auf dem Stein bauen darf. Aber offensichtlich hat er damit kein Problem. Gut, ist nur Holz. Früher oder später haben wir eh Plantagen und werden anbauen. So, guck mal, den haben wir gestern rausgemacht, den Muschler. Den werden wir natürlich jetzt gleich nochmal angucken. Es ist noch nicht Schlafenszeit, muss es auch nicht sein. Für mich ist jetzt wichtig, dass es weitergeht im Toolaufbau. Und da gehen wir mal endlich durchs Menü. Angekündigt habe ich es ja. So, der Wasserreiniger. Den werde ich mir auf jeden Fall hier in meine aktuelle Küche mit integrieren. Für mich ist nämlich ganz wichtig, dass wir eben beides haben. Auch hier würde ich jetzt, wie viel Holz habe ich gerade einstecken. Ich mache mal das voll mit 10. Und das auch mit 10. Das finde ich ein bisschen ausgiebig jetzt, weil unten liegt ja genug. So, die Muschel habe ich eingesammelt. Habe ich sie auch schon gegessen gerade. Ist ein bisschen schade, weil ich hätte gerne gesehen, welche Werte die jetzt gehabt hat. Tja, die Galle, da muss ich dir nochmal eine Muschel kochen. So, einfach mal rüber. Siehst du, hier haben wir die Handtasche als Gimmick und das Regal. Dann geht es natürlich morgen weiter. Den schnappen wir uns jetzt gleich, um Wasser zu holen. Dann haben wir das auch mal gemeinsam gemacht. Damit sich niemand wundert, warum wir plötzlich jede Menge Wasser haben. Das werde ich nämlich schön vorbereiten. Achso, wir brauchen ja noch einen Behälter. Ja, also ich bin mal gespannt, ob das jetzt jedes Mal da liegt. Wie gesagt, das sind normalerweise, ist das an den Stellen, an denen wir, glaube ich, gestern abgebaut haben, Bäume und Sträucher. Ja, da liegt jetzt das Zeug rum als Material. Das ist natürlich witzig. Das ist bestimmt ein Bug. Aber auch sehr angenehmer. So, ne, also ich kann jetzt hier mehr Wasser hinzufügen. Ein Eimer. Und dann läuft er hier rein und dann können wir hier dringend. Gut, also gehen wir mal ganz kurz durch. Einen Bogen haben wir noch keinen. Wäre aber jetzt an der Zeit vielleicht schon mal einen zu bauen. Warum nicht? Hier mache ich jetzt mal einen Bogen. Und dann machen wir uns ein paar Pfeile dazu. Dann läuft es. Dann würde ich eventuell den Eimer jetzt erstmal weglegen. Oh, warte mal, ich muss kurz gucken. So, machen wir den Eimer kurz für einen Moment hier rüber. Dann haben wir Köder zum Angeln dazu bekommen. Soweit klar. Dann mache ich den Bogen auf die 3. Die Fackel auf die 6. Das sind die Pfeile. Das sind die Erdbeersamen. So, passt. Jetzt pass auf. Die Komponente, die heben wir uns jetzt gleich auf. Die werden wir benutzen für das Tretboot. Dann machen wir das einmal hier rüber. Und dann gucken wir uns jetzt erstmal gleich um. Ich will nur ein bisschen Ordnung halten am Anfang schon. Ich weiß, es ist ein bisschen ungewohnt von mir mit der Ordnung jetzt so früh im Spiel. Aber dass ich einfach eine Übersicht habe. So, das kann ich hier dazu. Essen, essen, trinken, trinken. Alte Jakobsmuschel. Dann haben wir hier nochmal die Geschichte. Gummi, Glas, Stoff. So, lassen Sie mal kurz durchs Menü gehen. Im Moment geht es uns gut. Also, hier haben wir jetzt alles einmal gebaut. Den Sack zur Kapazitätsverweiterung müssen wir bauen. Taucherflossen, die Anglerroute müssen wir bauen. Taschenlampe kennen wir. Spitzhacke wäre gut für Erze später. Reparaturhammer ist eines der nächsten Dinge, das wir reparieren können nach dem Angriff. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, uns Sachen zu craften aus Leder oder Baumwolle. Die haben wir noch nicht. Seil haben wir schon mal hergestellt. Baumwolle und Heid, verstecken, haben wir auch noch nicht. Verband haben wir einen. Können wir herstellen mit Stoff. Aus Rotalgen machst du die Kräutermedizin. Aus Pilzen und Erdbeeren machst du die Mischung für Ausdauer. Das war dieses Menü. Baumenü ist soweit klar. Hier oben haben wir die Base-Building-Elemente. Hier sind wir jetzt momentan bei zwei von drei. Haben wir die Stoffe? Ich würde schon gerne so einen Pflanzenkübel bauen. Ja, zwei Stoffe haben wir. Erster Pflanzenkübel kann gebaut werden. Den setze ich mir. Hier will ich hochkommen, da kann ich ausbauen. Hier kann ich noch ein bisschen rüberbauen, das vergrößern. Hier ist mehr oder weniger eine Steilkante. Alter, die Stoffe hast du offensichtlich nicht rausgenommen. Ich dachte gerade, da stimmt doch was nicht. Irgendwas ist schiefgegangen, gell? Ich meine, ich hatte gerade noch zwei Stoffe, aber irgendwas... Ach, den hat er mir jetzt hier hingesetzt. Da habe ich auch so sehen, draufgedrückt. Jetzt weiß ich, wo die Stoffe sind. Also es ist nichts verloren, aber das muss halt natürlich später hier wieder weg. Beginnen wir mal mit eigener Erdbeerskies. Einfach mal rein. Das Spiel ist momentan so, dass du dich nicht kümmern musst. Also du machst die Seeds rein, die wachsen super schnell raus. Ich nehme an, das wird sich noch anpassen im Verlauf der Zeit. So Leute, dann sind wir uns jetzt glaube ich einig. Das nächste, was wir gerne haben möchten, ist auf jeden Fall schon mal das Boot. Wir brauchen 15 und 6. Hier fehlen uns drei. Das haben wir. Das heißt, jetzt gehen wir uns gleich ertauchen. Sehr geil. Und die drei mache ich rüber. Gut. Gehen wir weiter durchs Menü. Wie gesagt, Basebuilding. Das haben wir jetzt alles einmal gesehen hier schon. Forschungstisch. Brauchen wir dringlich. Hier ist das Bett. Mit Markierungen, Truhen, Munitionskisten, Lebensmittelbehälter. Hier so ein Metallfass können wir uns mal aufbauen. Das hat mir recht gut gefallen. Bauen wir uns einfach mal eins auf. Ich würde sagen, das nehmen wir so als Lebensmittelfass einfach mal mit hier dazu. Hier so vorne so hin. Ja, das ist doch cool. Das ist hier so. Lebensmittelfass bedeutet natürlich alles, was in irgendeiner Form für uns genießbar ist, kommt hier rein. Die sieht es aber erstmal noch nicht. Pilze. Da ist dann unser Zeugs drin. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich nehme es jetzt mit F. Mit C isst man es nämlich direkt. So, ich habe jetzt Holzkohle produziert. Und statt 10 habe ich jetzt 35 auf Hunger, 10 Energie und 10 Gesundheit. Also die ist super ergiebig, gell? So, und hier können wir auch schon mal unseren ersten Schluck nehmen. Direkt trinken mit F oder abfüllen mit C. Was kostet denn eine Wasserflasche? Habe ich die Möglichkeit, die zu bauen? Sieht nicht aus, als wäre ich da schon in der Lage dazu, gell? Okay, also hier haben wir Regale. Dann gibt es die Holzwand, Metallwände, Spikes gibt es, Barrikaden, Rüstungsplatten, Reifenstab. Dann wollen wir hier ran. Das kennen wir, das Menü. Und hier haben wir ein bisschen Licht für die Nacht. Lass uns auch wirklich da mal hergehen und sagen, wir wollen mal gucken, wie sind denn die Leuchtmittel, die es hier so gibt im Spiel. Deswegen opfern wir jetzt tatsächlich hier ein bisschen was. Und bauen zum Beispiel diese kleine stehende Fackel mal hier neben das Bett. Oder hier ins Eck. Sehr schön. Dann haben wir eine Feuerschale, da brauche ich Stoff. Das Lagerfeuer ist, glaube ich, ein bisschen größer gewesen. Aber das könnten wir eventuell. Wäre jetzt aber Verschwendung. Das können wir uns später angucken, wenn wir mehr Materialien haben, finde ich. So, dann gibt es dieses Missionsmenü eben. Ich finde mich am Strand wieder mit einem pochenden Kopfschmerz und keiner Erinnerung, außer daran, in einem dunklen Raum gefoltert worden zu sein. Überleben hat jetzt oberste Priorität, aber ich habe nichts. Ich werde die Umgebung nach Materialien absuchen, wie wir das seit gestern schon machen, um eine Unterkunft und Werkzeuge zu machen. Ein Bett zum Schlafen und etwas, um meinen Hunger zu stillen, wäre auch großartig. Also so richtig ergibt sich uns nichts. Er wurde gefoltert, ist jetzt hier, will sein Leben aufbauen. Liste der Dinge, die man tun kann. Basis errichten. Gelände ist uneben, ich brauche Fundamente. Unter Wasserruinen absuchen. Fische jagen. In Bezug auf langfristige Perspektiven. Früchte anbauen. Beschaffen von Waffen hat Priorität. Das Erkunden von Blaupausen oder kaputten Gegenständen. Dann haben wir hier die Baupläne, die man freischalten kann. Nicht die in der Forschungsstation, sondern gefundene Rezepte. Wir haben keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Die Map haben wir schon angeguckt. Und dann gibt es eben diese Fraktionen. Die würde ich jetzt im Einzelnen nicht vorlesen. Da gucken wir dann immer nach, wenn wir eine der Fraktionen auf der Map entdecken. Anzahl der Feinde. Also vier Locations mit 34 Feinden von den Mutanten gibt es zum Beispiel. Und da weiß ich aber auch aus dem Stream einfach jetzt, dass da hinten auf dem Floß sind die Ersten. So, aber da sind halt noch so viele Spots, die ich gar nicht gesehen habe. Also es wird schon noch interessant. Leute, wir waren irgendwo stehen geblieben. Ich möchte mal gucken, ob wir noch weitere Komponenten kriegen. Diese zwei abgeranzten Häuser irgendwo waren das. Da nehme ich natürlich nachher Holz mit, bevor wir hochgehen. Könnte eventuell eine Krabbe sein. Wo ist denn? Da ist sie tatsächlich. Aber ich habe jetzt so viel Essen oben, ich muss die Krabbe nicht unbedingt niedermachen. Das erste Mal, dass ich die Rotalgen finde. Die habe ich im Stream gesucht, habe sie nie gefunden. Wir haben sie jetzt gemeinsam entdeckt. Für diese Medizin zum Heilen. Schadet nicht. Nehme ich natürlich mit. So, da ist für mich irgendwie der Punkt. Dann geht es hier rüber. Die Marlins da drüben, die werden wir dann bei Gelegenheit noch angehen. Hier, komm mal, ich nehme das schon mal mit. Dann vergesse ich es nachher nicht, wenn ich oben bin. Wie viel nehmen wir denn mit? Das reicht das mal. So, kann ja jederzeit wieder runter. Wichtiger wäre jetzt... Alterle. Dass ich den Anschluss finde an meinen... Hier waren wir stehen geblieben, gell? Ah ja, aber heute... Das Boot muss schon drin sein, ne? Waren wir hier nicht sogar gestern? Jo, das haben wir gemacht. Das heißt, wir sehen jetzt einmal den inneren Kreis rum, ne? Oder war das da drüben? Ja, ich glaube, wir haben das. Dann können wir jetzt weiter raus. Wie weit bin ich denn jetzt von diesem Boot noch weg? Schon noch ein bisschen, ne? Ne, hier ist immer stehen geblieben. Hier war es in den Tagesstandern voll. Stoffe, den muss ich auseinander hacken. Also hole ich aber nochmal Luft vorher. Sehr cool. Ja, und Werkzeuge haben offensichtlich keine Haltbarkeit. Das habe ich auch schon festgestellt gehabt. Finde ich persönlich jetzt nicht so tragisch, wenn man jetzt ständig eine neue Axt craften muss. Das ist natürlich auch immer eine Geschmackssache. Aber für mich ist das soweit okay. Das Bleistiftrock. Digga, wir haben unsere ersten Klamotten gefunden. Ich ziehe dir jetzt gleich mal rücklaut. So, aber hier gibt es noch ein Stockwerk, ne? Da gehen wir gleich mal gucken. Lass mal. Hier. Hehehe. Ja, super. Sieht doch gut aus. Steht ihm wie Sau. Oh, guck mal, hier ist Auto. Komponenten. Rechts drüben ist auch noch drin. Also das machen wir noch, bis vor es dunkel wird, ne? Es kann natürlich sein, dass mich der erste Angriff dann recht früh überrascht. Ich glaube am dritten Tag, oder? War es in der Nacht auf dem dritten? Weiß ich nicht mehr. Dann kann es sein, dass es richtig übel eng wird. Hier, guck mal. Fangen wir mal links an. Nehmen wir alles mit, gucken dann nachher nochmal oben. Okay, das Inventar ist wieder voll. Also hier geht es weiter für uns, ja? Ich muss ausladen gehen, glaube ich. Das heißt, an der Stelle, wo der Baum steht, gehe ich dann ins Wasser rein. Jetzt gehen wir erstmal kurz hoch. Wie teuer wäre denn das, wenn wir unten schon mal eine Reihe Spikes setzen einfach? Hier ist nichts drin. Was ist denn das hier? Ein Schokoriegel. Gesundheit, Energie. Alles klar. Das war nämlich das, was ich gerade überlegt habe, was das sein soll. Ein Schokoriegel. Dann haben wir hier, dann haben wir hier gebackene Bohnen, 40 Durst, 20 Gesundheit und Energie. Dann haben wir von denen hier nochmal ein Stückchen. Und die gönne ich uns jetzt. So. Aber es war nur eine Komponente da. Ist nicht ganz so geil. Die Algen mache ich mal hier mit rein. So Leute, für das Boot brauche ich was genau? Sechs Komponenten. Das heißt, uns fehlen jetzt noch zwei Komponenten. Das mache ich jetzt mal hier rüber. Die Kompi mache ich hier drauf. Die Kohle mache ich hier drauf. Den Stoff machen wir hier drauf. So. Thema Angeln. Angeln wollte ich natürlich schon auch nochmal mit euch, dass wir das auch mal gemacht haben. Brauche ich aus meiner... Müssen wir weiter Stoffe suchen. So. Ich kann noch nicht schlafen. Und das hier hat auch nicht wirklich so funktioniert, wie ich es gesagt habe. Im Stream war das innerhalb von einer Ingame-Stunde rausgewachsen. Wenn wir Pech haben, müssen wir das irgendwo auf der Erde unten setzen. Aber es sieht so aus, als ob es rauswächst. Es ist schon da. Es dauert jetzt nur länger. Da haben sie das angepasst, denke ich mal. Was ja vernünftig ist. Das war wirklich schnell. Okay. Das heißt, ich warte jetzt noch. Jetzt können wir schlafen. Dann penne ich direkt. Dann haben wir das. Dann würde ich sagen... Geh mal an dem Baum wieder ins Wasser rein. Das war hier. Kann ich hier runter, ohne dass ich sterbe? Ja, also wenn man sachte macht, geht's. Jetzt habe ich natürlich nichts mehr gefuttert. Aber bevor wir richtig verhungern, sind wir wieder da. So. Jetzt bin ich verwirrt. Das ist ein anderes Haus hier. Dann gibt es vielleicht einfach noch einen Baum. Dann gibt es vielleicht einfach noch einen Baum. Leute. Wird ja ein Natural Respawn sein jetzt, oder? Wir werden es gleich rausfinden. Vielleicht gibt es einfach noch einen Baum. Das ist nicht das Gebäude, wo ich rein wollte. Aber ich nehme natürlich den Loot mit, wenn er hier schon rumliegt. So, lass mal da unten reinlinsen. Komponenten fürs Boot. Ganz, ganz wichtig jetzt. Den nehmen wir auch noch mit. Das schaffe ich, bevor ich hier stecke. Dann machen wir jetzt hier soweit alles, ne? Ich weiß nicht, ob es einen Keller gibt. Ich gehe lieber mal gucken. Ob sich die Insel verändert jetzt hier. Doch, da gibt es einen Kellergeschoss. Es ist aber nichts drin. Hier, machen wir weiter. Was ich loote, ist egal, ne? Ich muss jetzt nachher nur geschwind rausfinden, wie jetzt hier mein Denkfehler zustande kam. Oder sieht das Haus einfach jetzt gerade ein bisschen anders aus, gell? Kann sein. Wie sind die, Marlin? Da müssen wir mal... Wir können ja mal einen probieren. Wir können ja mal gleich einen probieren mit dem Speer. Ich muss mir da nur merken, weil ich ihn nicht angedützt habe. Okay, das war sehr gut. Da ist auch noch Zeugs drin. Das hole ich jetzt auch noch raus. So, komm, wir probieren mal einen. Hier. Ich habe ihn nicht erwischt, gell? Ich habe ihn erwischt. Ich glaube, der, der da jetzt wegschwimmt, ist es. Jetzt habe ich Swiss-Hütchen-Spiel. Ich weiß immer, welchen ich hatte und welchen nicht. Du brauchst nicht ewig, glaube ich, mit denen. Die sind ziemlich schnell platt, aber man muss sie dann halt auch erwischen, ne? Die haben ihn nicht erwischt. So, jetzt probiere ich den da. Der da war's, ne? Ich habe ihn tatsächlich. Das ist mein erster jetzt. Habe ich mit euch gemeinsam gemacht. Für die Taucherflossen brauchen wir, glaube ich, drei Stück, ne? Kann ich den roh essen? Oh, was ist denn das? Neon-Katze. Äh, das mit den Taucherflossen muss jetzt nicht gleich sein, aber das wäre eins der nächsten Ziele, denke ich. Mich würde jetzt mehr interessieren, den Fisch, wenn man den abkocht, um welche Matze der bringt, äh, welche Werte der bringt. Hier das haben wir. Wie viel Inventar habe ich denn noch? Komm her, wir probieren einfach mal weiter. Was wir haben, haben wir, oder? Ich meine, mit Taucherflossen bin ich ja wahrscheinlich schneller wieder oben. Ne, habe ihn nicht erwischt. Den habe ich erwischt. Guck mal, der dreht um mich rum, ne? Den habe ich jetzt auch. Ja, dann machen wir das fertig. Dann haben wir drei heute und das ist auch, glaube ich, alles, was du brauchst für die Flossen. Da drüben ist das Gebäude. War schon richtig. Da ging es nur weiter hier, ne? So, Marlin. Marlies. Du, Marlies, ich habe da mal eine Frage. Scheiße. Ja, die Hitbox. Jetzt habe ich ihn. Hey, guck dir das an, Leute. Drei Fisch heute. Wo waren die Flossen? Hier. Zwei Seile. Das heißt, wir müssen noch Stoffe finden, ne? Lass uns aber jetzt hier mal kurz gucken, dass ich nicht alles... Siehst du, ich meine, es gibt halt einfach viel Loot hier. Da ist auch noch mal Auto. Das habe ich noch nicht mal gesehen von oben, ne? Stoff, sehr gut, brauchen wir. Komponente zwei. Oh ja, geil, jetzt haben wir, glaube ich, die Komponenten fürs Boot. Können wir vielleicht heute einfach mal oben paddeln, ein bisschen. So, ich will aber hier noch rein, da haben wir nämlich nicht alles gehabt. Da will ich noch mal kurz gucken, was ich da... Zieh das rein, da haben wir das Bett. Da gibt es ja mit Shia in Stoffe, oder? Ne. Jetzt müssen wir aber gleich raus. Also, sobald jetzt die Taschen voll sind, gehen wir hoch und essen erst mal ordentlich. Sonst sterben wir noch. So, noch mal rein. Was macht denn Sinn? Das habe ich gestern gesehen. Lungenfunktionsbooster, na toll. Und ich habe keinen Inventarplatz mehr. Okay. Pass auf. Wir gehen erst mal essen. Wir haben eine Armeehose gefunden. Das wird jetzt eine sehr, sehr schwierige Entscheidung für mich, ob ich nicht mein Urlaubsröckchen anbehalten will, lieber. Komm, guck mal. Also, wir sehen aber auch schon, es gibt so viel Loot. Wir brauchen eine zweite Kiste. Hast du noch was auf dem Grill gehabt? Ne. Aber gönn dir mal, den ersten Fisch abzukochen. Das sieht aus wie das Haifischsteak bei Raft. So. Verwenden. Aus dem Ding geht offensichtlich nicht. Zwei Schluck habe ich getrunken. Gegessen haben wir. Das passt dann soweit. Wir gucken sie uns natürlich an. Sieht auch locker aus. Aber ich bin ganz ehrlich, es ist ja auch ein bisschen Urlaub. Boom. So, die Neonkatze. Gimmick technisch machen wir erst, wenn wir wissen, wie das Haus tatsächlich gebaut wird. Aus dem Grund... Habe ich die jetzt rübergelegt? Das kann sein. So, lass mich mal kurz gucken. Baue. Boot. Die Komponenten zwei Stück. Nehmen wir mal die alle kurz hier raus. Ich baue uns das Boot. Okay. Setzen wir hier ins Wasser. Sehr geil. Ich liebe es einfach. Ich liebe das Boot einfach. Das ist einfach eine richtig geile Geschichte, dieses Boot. So, komm mal her. Vielleicht kriegen wir den Spot noch kurz leergeräumt heute. Die Flossen. Dafür fehlt uns bestimmt noch ein bisschen was, gell? Die Flossen bräuchte ich zwei Seile. Für zwei Seile brauche ich insgesamt sechs Stoffe. Auch was, was ich im Stream nicht hatte. Siehst du, jetzt kommen wir schon in den Bereich, wo viel Neues auch passiert. Das heißt, ich habe jetzt die Flossen gebaut. Waren hier drin. Verwenden. Hä? Bin nicht trocken. Ist das Taucher-Equip hier? Ah, okay. Verstehe. Sehr gut. Die Boots mache ich mal hier mit rein. Ich muss das kurz ausräumen. Wollen wir uns eine zweite Kiste schon mal machen? Ich glaube, ja. Übereinander ging nicht. Also es ging irgendwie. Haben wir es glitschig hingebracht. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Machen wir mal die Holzteile hier rüber. Und die Metallteile. Also alles, was Standard-Loot ist. Insofern. Insofern Standard-Loot. Wie meine ich das? So halt. Das kommt immer noch durcheinander mit links und rechts, was hier wo ist. Davon bekommst du halt sehr viel, wenn du Autos zum Beispiel einfach nur abbaust. Und hier natürlich so Rohstoffe, die man an der Insel kriegt. Hier, guck mal. Kommt langsam. Aber im Stream, wie gesagt, war es super schnell. Jetzt hat es sich scheinbar normalisiert. Gut. Einstieg noch mal beim Baum. Will die anderen Sachen noch kurz holen. Jetzt sehen wir ja gleich einen Unterschied. Ich nehme an, der benutzt die Flossen dann automatisch. Jo, ist der jetzt gerade abgegangen. Ist viel schneller. Wie eine kleine Meerjungfrau. Er sieht doch ein bisschen aus wie eine. Ich weiß nicht, ob die Flossen sich abnutzen. Ah, jo, das ist eine viel geilere Geschichte jetzt. Toolbox, Stoffe, Klebeband, Komponenten. Stoff, Holz, nehmen wir alles mit. Hemd und ein teurer Wein. Ich gehe mal hoch. Ja, jetzt ist es nochmal eine ganz andere Geschichte gleich. Auf jeden Fall. Guck mal, das Hemd ist. Ziehen wir uns auch gleich an. Ja, wie geil. Hier, das können wir beim Händler verkaufen. Dann haben wir schon unser erstes Handy-Teil. Ich gehe wieder rein. Ich habe da bestimmt noch irgendwas. Ich habe den Schrank, habe ich noch. Und dann liegen links noch die Päckchen rum. Taschenlampe, äh, Tischlampe haben wir gefunden. Hier die Päckchen. Da war der Lungenfunktionsbooster mit drin. Schauen wir gleich mal, was der so drauf hat. Gut, Leute. Da sind wir echt gut davongekommen. Ich gucke jetzt nochmal hier, ob ich da was vergessen habe gleich. Tischlampe, hier. Stellt eine erhebliche Menge an Gesundheitspunkten wieder her. Antibiotika war das. Und hier, Lungenfunktionsbooster erhöht die vorübergehende Tauchzeit. Ey, Fernglas haben wir auch gefunden. Wann ist denn das wieder passiert? Geil, geil, geil. Okay, kommen wir einmal noch hier kurz durch. Da habe ich nämlich vorhin irgendwas liegen lassen, glaube ich. Jo, da ist noch was. Dann sollte man jetzt schon mal gucken, was uns noch für die Workbench fehlt. Das wäre nämlich eines der nächsten Dinge, die wir brauchen. Hier ist noch ein Schrank drin. Ich glaube, der Angriff kommt jetzt recht zügig. Ich meine heute Nacht. Das heißt, ich sollte unten mal gucken, ob ich irgendwie ein bisschen zuspiken kann. Dann brauchen wir noch eine Handvoll Pfeile. Und dann sind wir eigentlich aufgucken. So, hier gucke ich jetzt auch nochmal drüben. Da ist nämlich, da haben wir, glaube ich, auch aufgehend. Vier Plätze habe ich noch. Hier sehe ich nichts. Hier war auch nichts. Dann waren wir hier im Keller stehen geblieben, kann das sein? Ne, da bin ich vorhin auch rausgetaucht. Hier ist noch was. Die Taucherflossen sind absolut der Überflieger. Ich bin begeistert, wie viel schneller das Männle jetzt ist. Gut, auf geht's. Ich würde sagen, wir gucken, dass wir präpariert sind einigermaßen. Ich schaue mal eben, was wir brauchen, um zum Beispiel ein bisschen die Fans aufzubauen. Im Moment könnten wir Stacheldraht setzen. Oder Holzbarrikaden. Mir wäre es persönlich sogar wurscht mit was. Gehen wir einmal kurz durch, dass wir unsere Planken unten sichern. Wir müssen dann wahrscheinlich eh zu den Angriffen runter. Den Baum lasse ich jetzt. Das ist doch Respawn. Oder habe ich den einfach die ganze Zeit noch nie wegmacht? Oh, wie mehr Bäuchle. Scheiße. Das heißt, ich habe Hunger. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, spüre ich es. Fische haben wir oben drauf liegen, gell? Wenn das jetzt hier eh schon so parat liegt, nehme ich das jetzt einfach mal mit, bis das Spiel sagt Tasche voll. Und dann nehmen wir, fangen wir mal mit Holzbarrikaden an. Die sehen auch noch richtig klasse aus. Guck mal. Weil wie gesagt, wenn die hier unten... Ah, du kannst durchs Zelt durchbauen. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Gilt ja hauptsächlich, dass wir die einfach ein bisschen schützen. Das muss jetzt auch im Moment noch nicht schön sein. Da wird ja eine ganze Wehrenlage hier außen rum gebaut. Die Insel wird ja zu sein später. So zumindest ist es der aktuelle Plan. So, lass gucken. Wie viele Pfeile werde ich brauchen für die erste Angriffswelle? Mehr als 30 bestimmt. Das lernen wir jetzt erstmal mit einem Schutz. Wenn wirklich was abgerissen wird, dann ist es so. Dann bauen wir es wieder auf. So, ich gucke einmal hier rum. Wir werden auf jeden Fall in dieser Angriffswelle, in dieser ersten Lern, inwieweit sie fähig sind, hier hoch zu steigen. Dann wissen wir, dass wir da oben halt auch ein bisschen schützen müssen. Hier zum Beispiel würde ich nochmal hergehen. Ja, warum nicht? So, wenn sie hier dann irgendwann hochklettern, dann haben wir halt ein Problem. Alles andere überlassen wir jetzt dann doch mal ein bisschen dem ersten Angriff. So viel haben wir noch nicht gebaut. Lässt sich alles recht schnell wiederherstellen. So, die 60 sollten uns in die Lage versetzen, auf jeden Fall eine erste Verteidigung hinzulegen. Nehme ich mit. Kann ich oben gleich nochmal was einfüllen. Den Eimer sollte ich am Anfang mitführen. So, Leute. Gut. Also, hier erstmal. Okay, das geht wohl. Holz hinzufügen. Eins. Ich habe keinen Platz, ne? Das heißt, ich gehe erstmal kurz hier rein. Ich mache mal diese Booster hier mit rüber. Die Neonkatze kommt rüber in die andere Kiste. Jetzt wollen wir mal wissen, Was bringt uns dieses Fischchen? 40 gesunder, 10 Energie. Ne, 40 Hunger, 10 gesunder, 10 Energie. Ist ziemlich cool. So. Den Namen mit Holzkohle kann ich hier nicht heizen. Holz hinzufügen immer nur. Gut. So, dann lassen wir es einmal ganz kurz hier rein. Also, das habe ich halt gemeint. Deswegen habe ich da eine extra Kiste angelegt, weil da recht schnell Material zusammenkommt auch, ne? Siehste? Und das hier ist eher so die besondere Kiste. Dann machen wir das einmal so. Dann haben wir die Holzkohle. Dann haben wir nächstes Gimmick. Da haben wir für den Händler. Das hier würde ich gerne gleich mit euch noch probieren. Dann haben wir ein bisschen Stoff. Die nehme ich schon mal mit, für den Fall, dass es jetzt bald losgeht mit den Angriffen. Da haben wir sieben Stück davon. So. Lass mich mal kurz durchs Fernglas linsen. Holen wir uns mal ein bisschen die Umgebung ran. Hier, ne? Ein Spot. Unser erster, das werden wir halt als erstes machen. Hier, unter Wasser, viel, viel wahrscheinlich. Hier ist nochmal ein Spot. Hier. Und das sind nur die, die ich jetzt aus der Nähe sehen kann. Hier ist nochmal eine Insel, kriegen wir Rohstoffe. Und hier ist der Händler. Ich würde sagen, sobald wir nochmal ein Teil finden zum Verkaufen, ein zusätzliches, gehen wir mit dem Dings drüber. Jetzt pass auf, es ist 14.19 Uhr. Die nächsten Projekte, bautechnisch, wäre für mich auf jeden Fall diese Bench. Und hier noch ein weiterer Ding. Also das möchte ich. Gucken wir mal, ob wir das heute schon gebaut kriegen. Dann holen wir uns gleich ein bisschen Lust, indem wir mal ins Menü reinschauen, gemeinsam. Hat er sich nicht gemerkt jetzt? Ne, hat er sich nicht gemerkt. Ich brauche 15 Holz, 10 Metall, 4 Komponenten. Also, 15 Holz, 10 Metall und 4 Komponenten. Wir können sie bauen. Das hier bleibt erstmal im Moment meine Gruschelecke. Hier werde ich wahrscheinlich erweitern. Gib mir mal noch ein bisschen Holz. Das mache ich jetzt gleich, indem ich hier, dann ist auch das 3x3 Thema durch. Dann müssen wir gleich nochmal runter. Dann bauen wir uns die Bench. Die würde ich dann mal hier hinsetzen im Moment. Ich nehme an, dass die früher oder später auch das so machen, dass du die Sachen, ich meine, ich habe sogar die Bestätigung vom Entwickler schon gelesen, dass das Abbauen entweder die vollen Mats zurückbringt oder dass man es verschieben kann. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, ich habe gar nicht geprüft, ob es nicht vielleicht sogar schon drin ist. Zwei Seile. Wären 6 Stoff. Haben wir 6 Stoff? Dann könnte ich es nämlich direkt probieren. Jo. Also. Rucksack. 1, 2. Reparatur haben wir. Wann geht es das Fernglas weg. Auf die 6. Also jetzt kann ich sammeln. Guck mal. Mit F. Jetzt baue ich den ab. Einfach um es mal rauszufinden jetzt. Sind Sie sicher, dass Sie es demolieren wollen? Ja. Einen Stoff habe ich zurückbekommen und 6 Planken. Gekostet hat mich das Ganze, als ich es aufgebaut habe. 12 und 2. Also im Moment ist es noch nicht drin, aber das haben sie geschrieben, das wollen sie machen. Dass da die Materialkosten entweder zurückkriegst mehr oder dass man es einfach dann auch versetzen kann, wenn man das nicht mehr braucht. Weißt du? Fände ich persönlich halt auch geil. Gerade wenn man am Anfang nicht weiß, wie man es haben will. So, aber jetzt habe ich die Chance, das hier hinzusetzen erst mal. Und ich pflanze natürlich was an. Und dann gehe ich rüber in die nächste Folge. Habe ich keine Seeds mehr? Doch, hier. Ich mache die Seeds, glaube ich, mal in die Lebensmittelkiste. So, wir könnten jetzt auch die Büsche anpflanzen, dann kriegen wir Holz. Aber ich will erst mal Erdbeeren. Komm, machen wir das hier mit rein, das was wir anpflanzen. So, Leute. Ich glaube, wir haben einen ziemlich guten Moment, um die Folge zu wechseln. Die ersten zwei Folgen waren natürlich jetzt richtig cool. Der Angriff wird jetzt nochmal ein interessantes Nümmerle. Und morgen paddeln wir dann zum Tauchen mal ein bisschen weiter raus. Dann gehen wir mal beim Händler vorbei, was verkaufen. Und unten machen wir jetzt abschließend noch kurz einen Rundgang. Da hatte ich doch jetzt die neuen Elemente gesetzt. Nicht, dass wir da nochmal Barrikaden dazunehmen müssen. Das nehme ich jetzt einfach mal mit rüber, so wie es ist. Das war hier, ne? Ja, siehste? Da muss ich es aber halt dann jetzt gleich schon mal. So. Gut. Kein Problem. Gott sei Dank habe ich es nicht vergessen. Holzbarrikaden. Ja, ja. Machen wir das so. So. Und so. Und einfach zur Sicherheit nochmal eine Lage drüber. Außerdem sieht es auch geil aus. So, guck mal. Du weißt ja nicht, ob die da drüber hupfen, ne? So, Leute. Mehr würde ich gar nicht machen. Pfeile habe ich gebaut. 30, 60 Stück. Für den Fall der Felle, dass wir noch mehr brauchen, habe ich jetzt hier nochmal Holz drin. Meine Bandage habe ich. Mein Aufheilteil habe ich. Und da hole ich euch morgen rein. Und dann warten wir mal, ob in der Nacht jemand kommt oder nicht. Und wie wir momentan aufgestellt sind. In Bezug auf Angriffe. Und alles andere dann morgen. Da plane ich jetzt erstmal nicht weiter raus, bis das passiert ist. Ich freue mich auf euch. Bis dann.